Cheerio, meine lieben Staxeliten! Willkommen zurück zu Staxel! So, und heute haben wir die angedrohte Folge. Wir werden kochen und schneiden heute nur. Das wird sich heute alles drehen. Natürlich müssen wir, wenn wir den nächsten Tag haben, uns natürlich auch noch ein bisschen um die... um unser Feld kümmern, aber... das wird unsere Hauptbeschäftigung jetzt sein für die heutige Folge. So, ja, ich habe überlegt, so, hm, welche Themen können wir da mit Deutsch besprechen, weil... Okay, jetzt ganz normal, um zu sagen, ja, jetzt schneiden wir hier, jetzt kochen wir da... Jetzt schneiden wir wieder hier, das ist ein bisschen langweilig und doof. Ähm... Mir ist gerade als erstes Thema eingefallen, so, 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 Kinderserien, ja? Also, so, 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 was man früher als Kind geguckt hat, wo man sich eigentlich nichts beigedacht hat, oder... Wo man dachte so, hm, okay, ich meine, ich kann euch ja mal ein paar... Das ist auch eine Sache, ich wollte, ich kann ja mit euch mal über Animes reden, die ich geguckt habe, welche ich gerne mochte und so. Und, äh, ja. Das ist schon ein bisschen was Komisches dabei, aber okay. Gut, fangen wir, ich glaube, mit einem der ersten Animes überhaupt an, die ich je gesehen habe. Das liegt nämlich irgendwie am Alter oder, keine Ahnung, das war Mila Superstar damals. Für die, die es vielleicht nicht wissen, Mila Superstar drehte sich um, halt, um das Mädchen Mila, die, ähm, Volleyball gespielt hat. Immer berühmter, immer besser wurde und so. Ich kann mich leider absolut nicht mehr so ganz an alles erinnern. Ich weiß, hat die, wie hieß die Freundin, Hitomi oder so? Die hatte eine Freundin gehabt, die aber auch gleichzeitig ihre Rivalin war. Aber, in jeden Fall, das hat man sich dann gerne angeguckt, so früher. Sailor Moon. Also die normale Sailor Moon. Also das ist ganz normal. Also nicht Sailor Moon Crystal, sondern einfach Sailor Moon, die Anime. Muss ich sagen, habe ich auch alle Staffeln gesehen. Ich habe es bis zum Ende mit, äh, Galaxia geguckt. Und dieser, doch etwas verstörenden, letzten Folge, wo Sailor Moon da nackt durch die Gegend fliegt. Ja. Ich habe keine Ahnung, warum. Ja, jetzt nur zu Sailor Moon, muss ich sagen, dass Sailor Moon Crystal ja nach, nach dem Manga empfunden, nachempfunden ist. Was die normale Sailor Moon Folge nicht war, also normalerweise Sailor Moon Serie. Ähm, Sailor Moon Crystal fand ich auch geil, muss ich sagen. Vor allem dieses, die sind doch Erwachsenen-Touchtips dabei hatten. Aber als ich dann die Verhandlungsmusik von Sailor Neptun und Sailor Uranus gehört habe, nee, konnte ich das nicht mehr hören. Ich meine, jeder, der die normale Sailor Moon, äh, die erste Sailor Moon Serie kennt, ja, weiß, was für eine geile Musik es gab, wenn Sailor Neptun, Sailor Saturn, Sailor Pluto und Sailor Uranus sich verwandelt haben. Und dann guckst du da Dings. Den guckst du da, Sailor Moon Crystal und dann kommt so, oh, oh, oh. Seitdem habe ich es auch nicht mehr angeguckt, muss ich eigentlich stehen. Ähm, was habe ich noch geguckt? Power Stone, falls das einer von euch was sagt. Ich muss sagen, ich habe jetzt auch noch nicht ganz knapp nicht mehr, was da rumgeht. Ich glaube, das waren irgendwelche Edelsteine, die verschiedene Kräfte hatten. Und mit denen du dann verschiedene Sachen machen konntest. Und da gab es dann einen Held, der hat die alle gesammelt oder so. Und, äh, jedenfalls, war auch eine sehr interessante Serie eigentlich. Dann natürlich Pokémon, also ich habe, wenn man als Pokémon rausgekommen ist, habe ich die auch gesehen. Dann natürlich auch das Spiel sofort geholt, ne? Pokémon Rot war meins damals. Was mache ich denn da? Warum mache ich den? Bisschen irritiert jetzt gerade. Pokémon Rot war meins gewesen. Und, ähm, ja, natürlich habe ich mir das natürlich auch bis zum Ende angeguckt. Also, der erste Staffel. Aber irgendwann hat es uns sein gelassen. Weil, ich muss sagen, für mich war es nicht mehr nervig, dass Ash jetzt keine Pokémon-Liga gewonnen hat. Sondern für mich war einfach so nervig. Naja, was ich eben an Pokémon toll fand, waren die Entwicklungen. Wenn sich zum Beispiel ein Pokémon in der Ferne entwickelt hat, fand ich das immer obergeil. Und, wer nun mal Pokémon-Folgen von damals kennt, mit Ash, dann haben sich da Pokémon mal entwickelt. Ich glaube, in der ersten Staffel, also in der ersten Season, hat er so gut wie kaum ein Pokémon von ihm entwickelt. Ich muss mal nachdenken. Was hat sich bei Ash damals entwickelt? Also Glumanda, Glutex und Glurak, das war eine Sache. Dann, oh Gott. Und, erste Staffel, was hat sich da bei ihm noch entwickelt? Ja, Tauboga, zu Taubos. Natürlich Ropi, Safgorn, Smetbo, ja. Aber sonst, er hat immer seinen Bisasam, ah ja, Krabi zu Kinglar. Aber er hat sonst immer seinen Bisasam behalten, seinen Shigi. Ähm, Slime-Bog musste er ja nicht entwickeln, das war ja ein Pokémon, was er so gefangen hat. Ah, das ist so... Das war einfach so... Du hast nur die Augen verdreht und gesagt, so, Alter. Weißt du, während er dann, während er eine Gegner in der Pokémon-Liga hatten, die natürlich alle entwickelte Pokémon haben, außer jetzt sein Kumpel... Wie hieß er noch? Irgendwas mit R? Ich hab keine Ahnung, auf jeden Fall hat er ja noch... Hm, so und so... Oh, Entschuldigung. So eine Ash-Kopie gehabt, als Rivalen, also als guten Freund, aber auch als Rivalen, wo er dann rausgeflogen ist in der Pokémon-Liga. Und... Ah, nee, ey. Ich mein, mit immer weiter Schreitungen des Ganzen ist es natürlich besser geworden bei ihm. Er hat mal Pokémon entwickelt. Und schön und gut. Und ich hab mir gedacht so, hey, guckst du das dir einfach mal wieder an. Besonders bei Pokémon Schwarz und Weiß. Weil, ähm, bei Pokémon Schwarz und Weiß haben sie es nochmal ein bisschen schrittweise Erwachsene auch ein bisschen gemacht. So. Aber ich hab's nicht mal geguckt, hab mal reingeguckt. Aber als dann bei Pokémon jetzt zu Alola, also Mond und Sonne, dieser unglaubliche kindliche Zeichenstil von Ernst wiederkam, hab ich's aufgegeben. Warum, warum muss der weiterhin 10 bleiben? Ich mein, ich mein, wie, ich weiß nicht, wie viele Folgen es von Pokémon mittlerweile gibt, ja. Aber gehen wir mal völlig davon aus, was total unreal ist, dass jede Folge ein Tag ist, müssten wir mindestens über ein Jahr schon erweckt sein. Und deswegen guck ich Pokémon. Ich hab jetzt auch geguckt, bei Pokémon Sword und Shield gibt's da jetzt auch. Als Anime wieder. Und da ist ja auch immer noch so ein kleiner Bubi. Ich mein, was haben die dagegen? Was haben die jetzt, sagen wir mal, jetzt mal ganz ehrlich, wir müssen mal nachdenken, ja. Die Leute, die Pokémon spielen, dieses Gameboy-Spiel, ja. Ich gebe euch die Hand drauf, das sind mehr, sagen wir mal so Richtung 12, 14-Jährige bis höher, als darunter. Also, warum kann Ash dann nicht ein bisschen größer werden? Was, warum, warum meiden sie das Thema Liebe noch, ja? Es ist so, ach. Deswegen hab ich Pokémon noch irgendwo, die Serie zumindest, aufgegeben. Obwohl, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab auch das Spiel nicht mehr, also ich spiel's nicht mehr. Bei mir liegt immer noch Pokémon Ultramond, Ultrasonne. Die liegen bei mir immer noch rum, verstauben auf der Hitchkis Nacht. Oh, Pokémon Sword und Shield konnte ich mir nicht holen, weil ich keine Switch habe und ich nicht mal eben so 500 oder 600 Euro habe, um die aus dem Fetzer zu werfen. Also, werde ich also wahrscheinlich auch nie spielen. Deswegen hab ich auch nicht Pokémon Evoli, Let's Go Evoli, Let's Go Pikachu gehabt. Klar, ist irgendwo schade, aber kann man nichts machen, ne? So, warte mal, wir packen wieder was rum. So. Anders als bei Digimon. Digimon habe ich tatsächlich, ja, nicht alles. Ich hab das letzte nicht geguckt. Wie, wie heißt das noch? Digimon Fusion? Digimon Tree habe ich wieder geguckt gehabt. Aber Digimon Fusion habe ich nicht angeguckt gehabt, weil ich das vielleicht doof fand. Gefiel mir absolut nicht. Aber sonst. Erstes, die erste Season. Super. Bei der zweiten war ich noch so, meh. Also muss ich ganz ehrlich sagen, da fand ich jetzt... Bei der zweiten hat mich, glaube ich, so ein bisschen gestört, dass dieses, ähm... Ja, irgendwie diese, diese, das ist, diese, die DNA-Digitation fand ich so, meh. Das haben sie ja nachempfunden durch den Film damals, wo ja Metallgarurumon und, äh... Wargreymon zusammen fusioniert sind zu Omegamon. Omegamon, Omegamon. Jedenfalls, das fand ich so... Staffel 3 war für mich, äh, ganz offen, ehrlich gestanden, die schlimmste. Von der Story her, okay, ist interessant gewesen, ja. Aber ich weiß nicht, das hat mir irgendwie absolut nicht gefallen. Dann kam ja Digimon French, hier war, glaube ich, die vierte Staffel, ne, wo sich die sich selbst zu Digimon verwandelt haben. Fand ich super. Mich hat es am Ende aber einfach nur gestört gehabt, dass es da wieder mal zwei Personen gab, also zwei der ganzen Truppe, die sie noch weiterentwickelt gehabt haben. Ja, also es gab ja immer, es gab ja immer schon diese, diese Hauptprotagonisten, die dann weiterhin, also ja Digimon weiterentwickelt haben als der Rest. Ja, also bei eins war es dann Tai und Matt, so, danke, nach Rekrofe gekriegt. Bei der zweiten Staffel waren es dann Davis und Ken. In der dritten war es dann ja, obwohl, in der dritte war es fair, fairerweise, da haben alle drei sich gleichzeitig entwickelt. Aber auch, da waren es nur drei, ja, so von daher. Und dann hatten wir in vier halt, boah, Takato, ne, Takoto vor drei. Boah, sorry, ich kriege das immer zusammen. Äh, da auch die beiden, die sich sogar noch weiterentwickelt haben als die anderen. Das fand ich so, ne. Finde ich doof, muss ich ehrlich gesagt. Bei Teil, bei Nummer 5, also Season 5, war es wieder anders, hatten wir wieder nur drei Digimon-Trainer. Wie halt alle zusammen die gleichen Stufen erreicht haben. Okay, am Ende waren es vier gewesen, ja. Aber sie haben alle zusammen die gleiche Stufe erreicht. Ja, das fand ich dann auch ganz gut. Und, äh, deswegen, Digimon war immer so, man, fand ich immer schön. Bei Tree, also Digimon Tree, fand ich, fand ich geil, dass dann auch die Nachzügler, so, so, wie immer wie Sora, Easy, etc. Da endlich, äh, Tent-Hormone und die ganzen auf Mega-Level gekommen sind. Das habe ich so gefeiert. Ist halt schon so, ne. Weil, stimmt, weil, weil das immer auch so schade war, du hast irgendeinen in dieser Gruppe gehabt, mit der du dich identifizieren kannst. Kinder, so wie auch zum Beispiel Leute, mit denen man sich identifizieren kann. Und dann ist er da. Und dann hast du da einen gehabt, hast ihn angeguckt und dann kannst du, oh, der ist toll. Aber, diese Person hat nicht wirklich diese tolle Anerkennung bekommen, die es eigentlich verdient hat, diese Anfahrt hat verdient hat. Sondern ist immer klein geblieben. Er hat aufgeregt zu regnen. Er hat aufgeregt zu regnen. Shit. Und, ähm, das ist mir so schade. So, eigentlich ist das doof, dass sie noch pflanzen, pflanzen. Aber ich mache, glaube ich, die letzte Reihe hier dann zur... Zur Zuckerrübenreihe. Also die hier. Weil hier haben wir mehr Felder frei. Äh. Und deswegen habe ich Digimon immer so gefeiert. Und, äh, dass sie das mit Zwie nachgeholt haben, dass auch die anderen ihre Megaentwicklung hier hätten, erhielten, war... Klasse. So... Oh Gott, Alter. Das sind natürlich die 10.000 von Mais sammeln. Die Musik ist strange. So, was habe ich denn noch geguckt damals? Nun, wenn wir bei Sailor Moon waren, muss ich ganz deutlich, äh... Muss ich einfach ganz, ganz fest zugeben, dass ich damals auch, ähm, Duromie geschaut habe. Ich glaube, im Originalen heißt das Magical Duromie, also Magical Duromie. Ähm. Ja, ich habe es geguckt. Ich fand es interessant damals, als Kind. Also, ich war ja jung noch gewesen, ja, also... Mal vorweg geworfen. Ich war auch noch jung, ja. Ich fand es halt interessant. So, der Anime war für mich interessant. Also, ich habe ihn mir angeguckt, fertig. Und ich meine, damals hatten wir Fernseher, ja. Also, wir müssen aber so sagen... Da war ich ja... Das war noch eine Fernsehgeneration, Leute. Da war nichts mit Internet. YouTube und so. Das ist dann doch so fancy gucken. Und dann habe ich mir die Trinidaduromie angeguckt, mit den drei kleinen Mädchen, die sich da in Hexen verwandeln können. Aber auch nicht lange. Ich glaube, irgendwann gab es einen Punkt, wo ich dann aufgehört habe zu gucken, weil es mir nicht mehr gefiel. Aber sonst habe ich es doch einfach geguckt, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, Pretty Q gehört auch dazu. Auch wenn ich mich bei Pretty Q, um Gottes, wenn ich mir, äh, nicht mehr erinnere, worum es ging. Ich glaube, das Einzige, was mir heutzutage noch von Pretty Q im Kopf geblieben ist, ist der deutsche Opening Song. Kann ich euch mal raten. Macht einfach mal, gibt einfach bei YouTube mal ein Pretty Q German Opening oder so. Dann wisst ihr, was ich meine. Und, äh, ja, ich glaube, bei Pretty Q war es eigentlich auch ganz gut gewesen. Das waren halt, äh, zwei Mädchen, die sich da verhandelt haben und gekämpft haben. Die eine war die Schlaue und Gewildete. Und bei der anderen hast du halt so das Sportast gehabt. Ja, also, halt wieder was für jeden teilweise dabei. Aber wie hat der Rest? Ich weiß mir nicht mehr, worum es ging oder sonstiges. Dann, ja, Schande auf mein Haupt. Ich habe, ähm, auch Dings geguckt. Reading Peach. Die, die sich da in, die sich da in Hochzeitskleidern verwandeln und so. Muss aber ehrlicherweise zugeben, auch wenn das ein bisschen seltsam war, dass die Story einfach geil war. Ich meine, es ging um diese drei Mädchen, ja. Und, ähm, dann passierte das Übliche. Die Hauptheldin verliebte sich in den Blonden Schönling. Babababa. Und da gab es natürlich noch den komischen Typen, der die Blonde, also die Hauptprotagonistin, geärgert hat. Und den mochte sie nicht und blablabla, also das Übliche. Und dann ging es irgendwie so weit irgendwann, dass, ähm, dann sie sich dann doch in diesen Typen verliebt hat, der aber dann zu einem bösen Wohl und gegen die anderen, gegen sie und ihre Freundin gekämpft hat. Und es war einfach dieses, so, es gab Plus-Twists einfach. Als Kind hättest du gesagt, so, nee. Aber so jetzt, wenn du jetzt so als Erwachsener, also nicht als Erwachsener, aber halt schon als Jugendlicher, dann sagst du halt so, wow, toll. Ähm, ich hab gedacht, wir kochen jetzt mal gleich ein bisschen was an Konfitüre, auch wenn wir schon hier stehen. Und ja. Die Musik warst perfekt zum Koron, weißt du. Ähm. Es war einfach interessant, so. Wer kann ich dazu nicht sagen. Ähm, was gab, was ich damals noch geguckt? Natürlich Yu-Gi-Oh! Ist klar. Yu-Gi-Oh! Hab ich mir... Natürlich die erste Season durchgeguckt. Dann natürlich GX, hab ich auch durchgeguckt. Also was man zumindest in Deutschland sehen konnte bis dahin. Aber danach nicht mehr. Ich hab irgendwann mal in Dings noch reingeguckt. In Sex Cell hab ich mal reingeguckt gehabt oder so. Aber sonst war's das. Also mal kurz kurz, aber sonst war's das. Ich hab sonst keine von den anderen Yu-Gi... Von den anderen, äh... Guck mal, dann gucken wir uns mal kurz ändern hier. Von den anderen Yu-Gi-Oh!-Staffeln gesehen. Ja, okay, doch. 5Ds hab ich auch bis zu einem gewissen Grad geguckt gehabt. Aber da hat auch... Da hat auch RTL 2 damals nicht mehr... Also mehr gezeigt gehabt. Aber... Ich muss sagen... Mir wurde das bei Yu-Gi-Oh! Irgendwann zu viel. Diese ganzen neuen Spielformen waren einfach so... Äh... Also mit Synchro-Beschwörung und so... Kam ich noch einigermaßen klar. Ja. Aber... Aber... Dann irgendwie... Aber dann irgendwie... Was heißt Pendel-Beschwörung... Und... 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 Xyz-Beschwörung... Und jetzt gibt's ja Link-Beschw... Also Link-Beschwörung... Es ist nervig. Es ist einfach nur nervig. Ich genieße es... Deswegen ist auch eines meiner Lieblings-Decks... Das Edelstein-Ritter-Set. Ich genieße es zu fusionieren. Also wirklich Fusion zu spielen. Bei den Edelstein-Rittern ist das so... Die sind wie... Ja, was soll ich sagen? Wie Elementar-Helden. Äh... Auf Fusion ausgelegt. Das ist so... Super. Aber sonst... Und ich meine, was ich bei Synchro-Beschwörung interessant fand... War die dunkel-finsteren Synchro-Beschwörung. Also... Wirklich die Beschwörung, die du machen konntest... Das... Wo du nicht die genaue Zahl der... Der... Der Sterne brauchtest, sondern... Ein Großmonster... Und die Sterne wurden ja abgezogen bei der... Dunklen Beschwörung. Und das fand ich interessant. Oh, jedenfalls... Wir haben auch irgendeinem Kuchen gehabt, ne? Warte mal kurz. Falsche Taste. Ich will nämlich gerne noch einen Kuchen... Und ich dann... Bache. Genau. Brombeer-Kirschkuchen können wir jetzt vergessen. Aber hier. Was hat er brauchen? Butter. Dann lasse ich die Himbeeren übrig. Ich lasse die Himbeeren mal übrig. Damit wir vielleicht mal so Himbeerkuchen kaufen... Backen können. Jedenfalls... Das hat mich halt einfach dann so... Irgendwann von Yu-Gi-Oh! Einfach abgeschreckt gehabt. Ähm... Dann habe ich natürlich auch... Noch Serien wie... Ich kann natürlich auch ein paar... Ein paar Dings von hier mal wegnehmen wieder. Ich will davon gleich ein schönes Bild machen. So. Ähm... Machen wir einfach 18 Stück von jedem. Das ist nur eine Idee. Jedenfalls... Ähm... Boah, ich habe heute Nacht da was geguckt. Captain Future sagt bestimmt wenigen was. Saber Rider. Auch was ganz Großes gewesen. Inuyasha habe ich natürlich auch geguckt gehabt. Ähm... Ich muss sagen... Inuyasha war interessant... Und auch schön gemacht, ja. Aber es wurde chaotisch irgendwann. Es ging dann kreuz und quer mit der Story. Der hat was gemacht. Der wollte was. Der tut das. Der tut dies. Und dann am Ende sagst du so... Was? Und da kann man halt dann irgendwo durcheinander... Und dann halt so... Was willst du dir jetzt? Aber sonst wie gesagt... Inuyasha auch sehr schön gewesen. Gott. Muss man zurückgehen. Dann einer der Animes, der mich damals... Was sagen... Ein bisschen verstört hat. Ranma an Halb. Absolut kein Kinderanime. Denn... Es ging einfach nur um... Total bekloppt sein. Nacktheit. Ja und Sex. Es gab zwar keine richtigen Sex-Szenen. Hast du nicht gesehen. Aber es ging schon so irgendwie in diese Richtung halten. Und denkst du dir so... What? Ich habe ihn damals gerne geguckt gehabt. Weil ich einfach diesen Humor... Diesen total krank überkloppten Humor mochte. Aber... Wie gesagt... War einfach nichts für Kinder ansonsten. Dragonball natürlich. Also Dragonball auf jeden Fall. Auch durchgeguckt bis zum Video. Dragonball Z natürlich auch. Aber halt nur das Deutsche. Und ihr wisst was bei den Deutschen... Deutschen passiert. Bei den Deutschen Anime-Folgen und so. Richtig. Sie werden... Zensiert bis zum... Geht nicht mehr. Können wir davon nochmal... Haben wir da auch Marmelade von? Nee. Gut. Dann Erdbeeren. Jedenfalls... Ey... Dann kam natürlich auch Dragonball GT. Und Dragonball GT konntest du dir im Deutschen überhaupt nicht angucken. Da war so viel geschnitten. Aber wirklich so unglaublich viel. Die Stories haben irgendwann keinen Sinn mehr gemacht. Ich habe mir dann Dragonball GT auch nochmal im Dings angeguckt. Nachhinein. Japanische mit englischen Untertiteln. Aber auch mit englischen Synchron und so weiter. Aber auch selbst da fand ich es nicht toll. Das meiste mich am meisten gestört hatte. Das hatten sie am Ende aber so ein bisschen wieder versucht hinzukriegen. War dieses... War dieses... Das... Ähm... Son Goku only. Also wirklich Goku die ganze Zeit alleine. Nur immer alles geschafft hat. Gesiegt hat. Und Barstnack gesehen. Am Ende haben sie ja nochmal gemacht, dass es dann da Vegeta war. Und mit ihm zusammen fusioniert ist. Aber es war einfach zu spät. So, ja. Dann natürlich jetzt Dragonball Super. Habe ich mir auch angeguckt bis zum Ende. Also jede Folge. Fand ich auch sehr toll, muss ich sagen. Also der hat mir gefallen. Dragonball Heroes. Ja. Dragonball Heroes ist jetzt sowas... Ähm... Nur für die Kampffans kann man sagen. Also... Die wirklich nur diese Kämpfe geliebt haben. Weil um was anderes geht es da nicht. Du hast da so gut wie kaum ein Story. Bis gar nicht. Sondern nur Kämpfe. Mit Verwandlung und Stärke und Verwandlung und Stärke und so. Und ja. Ist nichts Falsches dran. Ich gucke es ja... Ich habe es auch angeguckt. Aber wie gesagt ist halt... Jemand der jetzt wert auf so Story dabei liegt. Nicht das Richtige. So, ich werde doch trotzdem mal ein bisschen Himbeermalade machen. Was nicht geht, wie ich gerade gesehen habe. Oder doch? Wo bist du denn hier? So. Jedenfalls... Ähm... Ja. Was gab es doch in deutschen Fernsehern Animes? Also ich glaube jetzt auf RTL 2, wenn man sich darauf bezieht. Ja, genau. Kickers. Kickers hat mich anfangs nicht so getriggert, muss ich sagen. Aber mit fortlaufender Story hat es mir dann doch irgendwann... Fand ich es irgendwann gut. Allerdings... Ähm... Fand ich es doof. Das ist so... Es hat ein ziemlich doofes Ende gehabt. Überhaupt... Man konnte überhaupt nicht mit der Story abschließen. Es hat überhaupt keinen Sinn gemacht, dieses Ende. Und das war so... Und deswegen bin ich immer ein... Eher ein Fan der tollen Fußballstars gewesen. Wo am Ende ich das dann doch auch doof fand, muss ich ehrlich sagen. Das ist das... Das ist immer dieser Protagonist und Antagonist. Die stechen irgendwann heraus. Und der ganze... Die ganze andere Verein dabei sind nur Beiwerk. So. Und das hat mich irgendwann gestört. Du hattest dann... Die hatten dann da zum Beispiel Subasa, Hyuga und so weiter. Die so mega Schüsse korten. Du hast nicht gesehen. Und der Rest war einfach nur so Laufwerk. So, ja. Zum schönen dabei sein. Haben wir versucht, einen Ball abzunehmen. Aber das ist nie hier drüber gesprungen. Das fand ich so ein bisschen doof. Haben sie leider mit der Wiederauflegung von tollen Fußballstars. Das haben sie ja gemacht. So eine Wiederauflegung. Also Neuauflage. Haben sie das halt ja nicht geändert gehabt. Und das war so... Das ist immer so ein bisschen das, was mich in Animes manchmal stört. Ist dieses, dass dann irgendwie... Ja, einfach diese eine Person immer so... auch in Por sticht. Und die anderen... Ihr seid nur noch bei Werk fertig. So, davon machen wir jetzt erstmal ein schönes... Bildchen. Denn das haben wir heute brav gekocht. Damit sind wir auch fast fertig. Sehr schön. Jetzt, meine lieben Freunde, werden wir sehen. Wie viel... Für wie viel... Also wie viel wir am nächsten Tafel kriegen. Gut. Als erstes haben wir... Kirschkonfitüre. Zwölf. Fast 13.000. Erdbeer. 28.000. Das sind dann 15.000. Hirnbeer. 41.000. 53.000 für die Marmelade. Alter, wenn sich das nicht gelohnt hat. So Leute, mit diesen... Mit dieser Summe im Kopf... Berendet die Folge heute mal für heute. Am nächsten Tag holen wir unsere richtig Geldladung ab. Bereiten uns auf den Winter vor. Und werden wahrscheinlich auch anfangen, Oscars Haus zu bauen. Also, ihr lasst einen Daumen auf das Video. Denkt daran zu abonnieren. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Untertitelung. BR 2018